hallo und herzlich willkommen zu einem neuen let's play namens hexen gar nicht geklaut ich ja ja jetzt hax in hax hat es ist ein heiter man mit einer bestex die ist gar nicht nein man darf nicht bei diesem server mitmachen und weil man nicht weil sonst könnt ihr leute ich habe schon leute ich habe schon ich habe schon wenn nicht mit dem ich habe ich bin 2001 ich bin 2006 ja mit dem es gibt aber auch hier schuldig spiel ich ich mache kommen in Deutschland er ich habe schon hau mal mit einem hau mal ein abhängig m schlaft also ein stick halt auf den auf die block sein kann ich mache mal ich habe meine mucke angemacht warum nicht wenn die ausgeht die schneit das raus wenn ich die ende ja leute jetzt haben wir mal hier das erste Play mit so ein paar freunden ich hoffe es gefällt euch es gefreut euch ja sehr gut dass der reich von mir an die jürgen keine er kommt mal rein um sie in der füße zu werden soll ich hier und wir machen mein kräft die runde die eisen ich habe ab der einen Höhle Redstone Eisen! Eisen! Ich hole jetzt mal ein bisschen Essen. Wir wohnen. Oh Mann, was ist das? Ja, habe ich schon. Ich baue grad schon das Eisen ab. Hol' ein bisschen Essen. Ähm, warte, ich baue kurz acht, ähm, holz, acht, stein ab, dann können wir nämlich schon sieben Eisenbraten. Ich mach grad auch die, äh, nicht, ey. Ähm, okay, äh, ich bin auch in einer Höhle, äh, Redstone brauche ich ne Eisen. So, äh, eine Kubele ist gebaut. Äh, so, fertig. Ich mach mal eben Fackeln. Da unten ist Giftbrühe, passt auf. Die ist nicht giftig, du Laben. So? Du Spaten, die ist nicht giftig, nein. So, noch zwei Eisen reinhauen. So. Lol, hier unten geht's weiter in die Höhle. Wo seid ihr? Oh, wir sind hier runter gegangen in die Höhle. Komm mal, das, komm mal runter, komm mal runter, komm mal runter. Ey, das, 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 das Wasser backt hier, das Wasser backt. Komm mal runter, das Wasser backt. Nee, 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 ich baue hier kurz noch Eisen ab. Also da seid ihr, äh, ich hole mal ein bisschen Kohle hier. Das sieht voll lustig aus. Ich hab schon Kohle. Das ist wie so, ähm, also einfach, du, guck, da, du fallst einfach so runter und auf einmal ist da wieder eine Höhle. Ohne Wasser. Ohne Wasser. Ja, äh. Das Wasser backt auch. Nicht schlagen, bitte, ich bin fast tot. Äh, Kohle für Ofen. Ich brate schon mal. Ich hab die Eisen mir genommen, ne? Ich hab's bei Kohle. Äh, ich krieg die ersten Eisen, ich hab angefangen zu braten. Ich hab sieben Eisen gerade reingetan, ganz ruhig. Alter, und ich hab, ich hab richtig, ah, scheiße, okay, ich hab wieder platziert. Äh, die ersten drei nehme ich mir so. Hab, äh, ähm, die Videos würden auf allen Kanälen kommen von uns drei. Aber ich, ich, ich lade nicht deine Videos. Nein, ich, äh, verlinke euch dann die Kanäle in der Videobeschreibung. Und ja. Oh, ich hab ganz viel leiser. Den OP schoben bitte auch verlinken, ne? Ich hab's gesagt. Danke. Warum hol ich mir Whetstone? Egal. Nee, ich kann einfach, ich kann... Ich hab schon die erste Eisenpicker. Wir haben 21, einfach da drin. So, 5 Eisen, äh, Schwert bringt mich, oder? Äh, ne, ich grad noch nicht. Ich bin jetzt eigentlich schon auf, noch auf Peaceful, oder hast du schon geändert? Nee, er hat sie. Du hast ein Herz? Ja, hab ich doch gesagt, Mann, Alter. Zu mir leid. Begrüßt zurück. Zu mir leid. Begrüßt zurück. Zu mir leid. Leute, wie ist das eigentlich? Wollt ihr dann bei mir wohnen, oder baut ihr euch eigentlich? Nee, wir haben... Wir wollen alle ein Haus. Äh, nein, ich baue mein eigenes, weil ich will keinen Rücken zum Kummengeschweißhaus. Äh, weil ich kann, glaub ich, am besten hier bauen. Gib mal ein Zeug, aber du. Weil ich kann, glaub ich, am besten hier bauen. Gleich angeben. Ja, ist halt so. Sorry. Sorry. Ich bin nett. Ich kann mir... Ich kann mir bo-bauen. Jaaaa. Scheiße, Handleberin. Alter. Du nervst. Ich hör gleich wieder auf. Ich hab keine Lust auf so ne Scheiße. Du ist angegeben, selber schuld. Ja, tut mir leid, wenn's halt so ist. Am Ende, am Ende hab ich wieder alles schön da raus und dann... Ich mach dir jetzt ruhig. Was ist ist mein dabei? Junge, was ist es? Das ist mein dabei. Ich will, ich will, ich will erst mal sehen, dass man schön auf so weisen ist. Kannst du wohl. Schon. Was ist jetzt schon, dass es jetzt ein Let's Player Marsch ist. Äh, mach weiter. Auch wenn der raus ist. Jetzt kann er wieder um. Prozent ich hab ein ein Platz an Leider wenn ihr das Video seht in der Durchmeldung und wenn ich machen wir halten Nummer Neu angefangen Pro ich hab die die Kirche angegeben ja wer ist halt so Sorry. Ja, dann ist es halt so. Dann sag es doch nicht. Ich baue ein eigenes Haus fertig. Ja, ich will, aber es ist halt so, dass ich nicht bei euch wohnen will. Und jetzt gebt mir mal deine Sachen wieder. Die liegen da. Ja, wo ist denn nur die Frage? Das? Geil, ich habe nur noch meine Eisenpäcke. Danke. Boah, hier... Deswegen werden so Videos gehatet. Deswegen. Ich bin ganz ehrlich. Was gibt dir das gerade alles? Ups. Mit Redstone. Bei mir wird es keine Abmörderation geben. Weil einfach ich... Ich bin da drauf. Von wegen, oh, kein Bock drauf. Das ist das ganze Projekt, ne? Das merkt man. Aber nur... Sollte seid nicht böse, wenn das Projekt ein bisschen... Ja, tut mir leid, wenn ich mich grad drüber aufrege, dass... Ein Glück nicht rum. Von dann... Chinus hier meine Sachen hat. Ich habe nur noch meine Eisenpäcke. Fällt es, auch wenn der... Hier... Auch wenn es nicht so super... Ich randaliere hier. Auch wenn die ein bisschen manchmal eskaliert, ne? Gut. Gut. Gern allem noch mehr. Ja, ganz alleine. Yes? Was? Ich brauche mich hier gerade raus, ne? Ich habe auch schon Lappeslazuli. Ich habe Wollstone. Ja, ich ja. Wir bauen unser Haus lieber den... Über die Höhle. Nee, lassen... Wollen das noch so. So, ich habe 3D ist das Recht um mir. Also, ich glaub schon, dass es reich oder? Ja, so. Gucken. Ja, sind drei. Ich hab's, ich hab'n... Ich hab'n... Ich hab'n... Ich hab'n... Die Apicke. Geil. Oh, nacht. Mist. Aber... Okay. Wir bauen uns das Haus, oder? Ich bin fast tot, ne? Ich brauche Essen, alter. Kenn ich. Ich hab' mein... Essen nicht gebraten, alter. Und... Ich hole mal hier das aus... Ähm... Mal das Stein, weil... Damit könnten wir dann halt mal so'n kleine Unterschlupf bauen. Oh, Leute! Ich häng' fest! Das ist so'n scheiß... Äh... Wie heißt's? Eisen... Wir sollten aber dann bald mal auf Erkundungstour gehen, was... Mache ich grad schon. Ich geh' hier grad schon rum und kill' Wünchen. Ich bin... Leute, ich komm' grad' wieder hoch, weil ich muss grad' von wo ganz anders da kommen. Ich weiß noch nicht mal, ob ich so noch mal zu euch komme. Ich geh' in der Höhle hier's Lava. Dias noch mal! Ich brauch' grad' lieber... Ein... Einfach mal so'n kleinen Unterschlupf, dass wir da so'n ganzes Zeug rein tun können. Äh... Ach, Dias hab' ich mittlerweile. Äh... Vielleicht auch mal sagen, was Hexid ist. Also... Wissen ist ja nicht alle... Erklär' einfach mal. Hexid ist ein Modpack mit äh... Schiffen... Sehr... Viele... Ja und die Dias findet man auch so leicht, äh... Weil... Ähm... Kann man nicht mal richtig... Musikern, ey. Leute, äh... Ich glaub' ich find' euch nicht mehr. Hä, wir sind doch oben. Also... Ja, ich war mit mir in der Höhle und musste wegrennt vor einem Skelett. Achter, ich seh' dich, Chef, ich seh' dich. Bleib da einfach. Komm. Äh, ich bin irgendwo. Sorry, falls es grad so... Äh, äh... Dunkel ist. Nein, komm mal zu uns wieder. Ich sag' einfach Koordinaten, nein. Es geht noch. Du kommst zu uns. Ich hab' mir voll die krasse Höhle gefunden, Mann. Ist mir egal. Ich komm' nicht zu dir. Komm' ich einfach gleich zu euch. Ich gucke noch durch. Tschüss! Äh, das sind... Das ist unser erstes Let's Play, äh... Ein erstes Video überhaupt. Äh, mir brechen. Ähm... Aber deswegen... Wusste, wusste... Was habt ihr hier angerichtet? Und ich hoffe, dass die Qualität ist. Das könnt ihr ja mal in den Kommentaren sagen, wie ihr das jetzt findet. So, Jeffrey, komm mal ganz kurz bitte her. Ich hab' zu viele Eier, Alter. Jeffrey, Jeff, 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 Jeff. Oh, Lapsus Lapsuli, nein. Jeff, wie findest du das hier? Guck mal, guck mal in meine Hand. Die jemanden... Lapsus Lapsuli, gut. So... Geh' ich fall' hier fast in die Server rein, alles klar. Die Videos werden immer 15 Minuten dauern beim Bier. Ja, weißt du... Wie lange nehmen wir schon aus? Also bei mir schon 15 Sekunden. 10 Sekunden, alles klar. Das... Das soll halt nicht zu lang werden. Ja, zumindest. Soll halt... Das lässt mir so... Also, die vollen Senden sollen nicht so lang werden. Dafür werden auch... Dafür wegen... Es kommen viele Episoden. Wir produzieren... Also locker fünf Episoden am Tag aufnehmen. Weil was dann die... Episoden, Alter. Folgen! So... Man lässt uns den... Also... Ich hoffe es unterhalts. So... Ich hoffe es unterhalts. Tschüss, Leute. So... Ihr könnt euch da machen, was ihr wollt. Ich hör' ab. Geh' einfach mal ein Skelettkorb, okay. Jetzt habe ich ein Haus gebaut. Wie kann ich... Erstens kommt... H- das hattest du... Lava... Ich schneide das Wort in Drohaer, Alter! Oh Mann, ey! Typische Löw... Wo seid ihr? Wir sind's gerade an dieser Mühle, Mama. Ah... Chef, du bist dann nur noch... Ich schau' ja gerade ab. Prozent kann die Machen 880 Stier heute in den Augen du bist doch am Spornen der Nähe ist die Höhle sagt doch das schicken ausgutzt ab Städte verteilt er ein Schild ein halber sein Heightower das bestehe doch und bis auch gestorben die Hälfte was nachdem für mich hat immer für mich Prozent ständige also ich hab zwar ich habe bei dir das nicht gerne mehr steil geben insofern die zurückkehren hier sind wir in einem Unterschlupfassen die es gibt es man sich hier und schon mal wieder war das Geld meine Damen und Herren Barthes gilt von mir das macht immer auf die Suche nach einem nach einem Dungeon oder so an einem Jahr auch das ist ja warte abwarten wie ich nehme jetzt alles noch von unten mit sondern ein das 13 eisenblatt und zwar erst mal Sachen bauen schnell ich will nach Tauern und da will ich erhalten ja aber ihr könnt noch unseren erst mal bei den Prusten nicht komm wo ist meins will noch reichen was ich ja dringend neun bist du ich bin ein bisschen da neben hier ist einfach Gold das tut mir leid wegen dem Anfang des Videos wo wir uns so gestritten haben und ich würde mal sagen Leute wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und ja bis dann